Ach, Lautstärke auf 100, Alter, wollt ihr mich verarschen? Und da, lo, Denise. Passt? Okay. Oh. Story-Modus, ich will nur spielen. Normal, schwierig, Albtraum, Wahnsinn, Lauf. Wir machen mal normal. Okay, ich möchte nicht... Neee! Ähm, Wahnsinn, schwierig. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich sterbe ja so schon. Mach's schwierig, ich mach... Bisschen leiser? Soll ich zu laut? Lass so. Ja, okay. Ich mach trotzdem auf normal, okay? Sei mir nicht böse, aber... Ja, Outlast 2 entfällt schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß! Lin Langermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langer... Langer-Mann, 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 man weiß es nicht. Ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Versteckt euch oder sterbt. Danke, ich hab auch Spaß. Richtig kurz. Soll ich eigentlich vorlesen oder wollt ihr selbst lesen? Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Okay. Nicht vorlesen. Nein. Blake, das stimmt nicht. Oh, no, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into Reservationland now! Ich hab gar nicht mitgelesen. Oh mein Gott, bin ich dumm. Es ist bestimmt spannend. Sure. Let's go. Let's film, mal filmen. Let's film, mal filmen. Oh mein Gott. Crap. We'll have to... Oh! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. B team, B team. Red leather, yellow leather. Have a soup high. Have a soup high. Okay. Die Landschaft ziehst du auf. Sorry. Was soll ich jetzt machen? Sorry! Was wollt ihr mit W.O.T.? Was soll ich denn mit W.O.T.? Was soll ich denn mit W.O.T.? Ich habe schon geklaut. Was soll ich denn mit W.O.T.? Was soll ich denn mit W.O.T.? Ach so. Oh, dramatisch. Ich hab die Tasten gedrückt, da rutscht. Ich hab dich, oh Gott! Was soll ich denn mit W.O.T.? Was soll ich denn mit W.O.T.? Was soll ich denn mit W.O.T.? Ja, ich guck hin! Mann! Keine Flacke für die 200 Bits. Hört man die überhaupt gescheit? Oder ist dafür jetzt der Ton hier zu laut? Das ist ja gross. Oh no, shit. Ich will nicht. Laut genug? Okay. Das kann ich jetzt alles so machen. Ich kann laufen. Kann ich springen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich hab Angst. Okay. Wir sehen hier Menschen. Was sollen das Kinder sein? Also ganz ehrlich, der in der Mitte, der schaut aus. Der wird mal Vodafone Mitarbeiter. Aber jetzt kann ich den Weitschern weiter it freshman. Ich Cecil. Ich Komm schon zur Früh прямо mal in 5, Simon. Ich will nicht mehr so machen zu machen. Ähhhhh, ich komm, ich decay. Oh Gott, okay. Ich schwitzen nicht. Die Ecken irgendwie stell dir ein Hebel im Tunnel. Kann ich denn schon was aufheben? Ich bin mir nicht sicher. Warum ist die Musik so scheiße? Ich hab keinen Bock auf die Musik. Was für hinter... Hinter mir ist ein Extremo. Kann ich denn überhaupt was aufheben? Kann ich was machen? Danke, Jackie, für den Follower. Wir bleiben hier. Hier ist es schön. Am Dienstag gibt es Bagel. Und am Mittwoch Eier. Hey, Freitag gibt es Pizza. Wow. Oh, Leute, ich hasse dich. Ja, danke für dein Read. Du bist noch ein lustiger Teil des Spiels. Ja. Schön. Das ist der Anfang. Lass mich. Da wird es dunkel. Ich will echt nicht da reingehen. Lass mich, Waldi. Da passiert doch jetzt was. Die Tür geht doch zu, oder? Die Tür geht doch zu. Die Tür geht... Wir sind nicht alleine. Ich bin schön. Daaaah! Wollt ihr mich warten? Ich dachte, da ist jetzt ein Kind hinter mir und singt, Schatz. Vor allem anonym. Danke dafür. Ach so. Tap. Ja. Was muss ich machen? Baby Shark. Ich kann nix auswählen. Mach ich auch immer so. Baby Shark. Ja, soll ich mich jetzt hier angucken? Ja, ist jetzt nicht so spannend. Ich finde Lynn. Klar. Ich weiß ja auch, wo Lynn ist. Okay, da ist das Flugzeug abgestürzt. Kann ich nicht irgendwie... Oh Gott, da geht's ja runter. Wuh! So was springen? Ich drücke Space, während du dich fortbewegst und über einen Abgrund zu springen. Okay. Alter, der ist super langsam, aber Hauptsache das kann ja. Ich seh so wenig! Ist das normal? Bewege dich in meine Kante hin, um dich festzuhalten. Okay. Ich glaube irgendwie... Oh ja. Okay. Mach die Kamera weg, die brauchst du noch. Okay. Drück... Links. Nicht fallen zu lassen. Ah ja. Okay. Okay, ich kann das. Ich bin talentiert. Ich kann Gaming. Baby Sharkhütte. Wichtige Ereignisse sollen aufgenommen werden. Oh Gott, die Kamera zeigt dir in das Rote. Vielleicht zeigt dir, was du aufnimmst. Okay. Das heißt, das ist super wichtig. Ja. Das film ich. Oh Scheiße! Jesus! Achso, und da sehe ich noch meine Videos. Ja, voll. Huah! Ja, vor allem, who are you? Where are you? Warum ist denn das Spiel eigentlich so dunkel, ne? Ist das normal, dass das so dunkel ist? Oder sehe nur ich, dass es so dunkel ist? Ich schalte bei aktiver Kamera mit F die Nachtsicht ein, um das sehen zu können. Jo, das ist ja überhaupt nicht gruselig. Ja, toll. Oh, geil. Ja, das finde ich nice. Oh, schön. Ja, das ist eine schöne Sicht. Gut, dass ich kein Saut habe. Das haben Horrorgames zur Ansicht. Finde ich kacke. Das machen das die Polizisten auch. Baby. Oh nein, mein Akku ist bald leer. Was mache ich, wenn der Akku leer ist? Kein Akku mehr haben. Weil es nachts ist. Was ist da? Ich seh nix. Jo! Okay. You are sexy boy! Woo! Ah! Lachen! Ah! Nachladen. Jetzt wird's wild. Es wird jetzt schon wild. Könnt ihr bitte das nicht machen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr seid doch solche gemeinen Wesen, ihr. Hey. Baby Shark, du 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 du. Baby Shark, du 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 du. Du 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 du. Aua! Jetzt auf mich bezogen oder auf Blacky bezogen? Danke Lara und Blacky. Obwohl es eigentlich kein Blanklich bedient hätte. Ich kann rennen? Ich will gar nicht rennen. Nein! Remo! Können wir nicht. Oh ne, die Musik ist gruselig. Ich mag das nicht. Danke Albie. So darf's das nicht. Vor allem das macht's irgendwie nicht gruselig. Nicht. Das ist ein Haus. Ich mag keinen Häusern. Hallo! Ich bin verloren und verhofft. Ja, Brotus hab ich aber keine Lust. Echt! Ja. Konnichiwa! 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 Hallo, ist da was? Oh, ich sehe was. Ich brauche ja gar keine Nachtsicht. Nein. Macht doch nicht so ein Gesicht. Entschuldigung, aber mit einem Auge habe ich das Gefühl, dass es nicht so gruselig ist wie mit zwei. Boah, mir sagt das immer. Das ist nicht so einfach. Spielt ihr das? Wirklich? Baby. Baby. Schakt. Ich komme. Hey, Mann. Oh, shit. Oh, shit. You're... Dead. wie mein normal macht sich da auch so meine liebe süße lange so meine süße liebe ellie ich kann nicht betragen was ich tat noch will ich von unseren kleinen getrennt sein ich hoffe du vergibst dass ich dich verlasse wie auch gott mir diese letzte sünde vergebe ich weiß dass die betrage gebracht werden mussten aber ich bin im inneren zerrissen und kann nicht mehr leben ich hoffe dass eine kommt bald und bringt uns zusammen außer gott verbrennt mich auf ewig für diese sünde ich hoffe dass du bis zu jedem tag trost ich weiß nicht dass du blut auf dem blatt trost in den armen papas also papa knotos findest hallo kann ich bitte wieder wie geht nochmals licht an ach so ich brauche das erst mal hier okay sorry ohne ist ohne sehe ich nix jonas sexy boy also jesus da kam vor ein blut da habe ich kein bock mehr drauf da will ich nicht rein das geklopft warte wo komme ich her ich habe schon mal gesagt ich habe keine orientierung sind oder da komme ich her ne da war ich noch nicht oder ich weiß nicht von wo ich komme ey da weiterlaufen habe da war ein mensch oder auch kein mensch ich weiß nicht was das war das ist gruselig tut mir leid einfach weiter rennen einfach weiter rennen um mich zur seite zu lehnen ach so das ist um mich ein bisschen hier zu verstecken ich will mich nicht verstecken kann ich nicht einfach ein speedrun machen ich will hier weg hand an die maus und nicht von mund lass mich trocken kann ich da rein bin ich da rein ich will da gar nicht rein ich kann da auch gar nicht rein das habe ich euch schon mal gesagt dass ich echt keine gruselige musik mag da ist meine hand gruselig hallo ich will die kamera rausschalten ach so schalte ich die kamera aus der ist nicht böse ach der ist gar nicht böse ich weiß ich bin der langsamste outlast spieler den ihr kennt es tut mir leid es tut mir wirklich leid aber ich finde das scheiße gruselig der schreit nur gleich bitte nicht ach das ist schon schreiben jetzt machen wir eine entschuldigung muss ich jetzt zu dem warum ist das licht an da läuft jemand leute da läuft jemand da läuft jemand drück um fenster zu öffnen ich hasse dich 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 wow wie soll ich da jetzt durchklettern logisch von den bergen komme ich her das spiel macht mich kaputt siehst aus als würdest du einen ball in dein gesicht bekommen ja danke danke tue ich vielleicht auch gerade ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich